Musik Hey Leute, was geht ab? Hier ist Hynix mit einem weiteren Kommentar hier bei N7 Nation. Ihr habt unglaublich großes Glück heute dieses Video angucken zu können, denn es geht um ein richtig geiles Game, das letztens in seiner Big Alpha war. Aber ich habe natürlich heute einen kleinen Gesprächspartner dabei und das ist der beste Gesprächspartner, den man sich überhaupt nur wünschen kann, denn es ist der genialste, der unglaublichste, schönste und intelligenteste Kommentator aller Zeiten. Bekannt ist er unter vielen Namen, man nennt ihn unter anderem den Da Vinci des Internets und den Herbert Zimmermann von YouTube. Aber ihr alle kennt ihn natürlich unter Anti Gaming. Hallo. Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf N7 Nation. Wir dachten uns, wir finden uns mal in dieser sehr häufigen Konstellation eigentlich zusammen, aber auf N7 haben wir das noch nie ausprobiert, so dieses Dual Commentary Format. Haben wir nicht? Nee, haben wir nicht, oder? Also wir hatten mal immer so angedacht, aber ich meine... Wir haben es oft vorgehabt, ne? Ja, ja. Die Leute, die uns beide kennen, wissen natürlich, dass wir eigentlich sehr viel miteinander zu tun haben, aber bei uns ist nie so richtig die Idee gekommen, diese Kollaboration mit auf den N7 Channel zu nehmen. Ähm, aber wie dem auch sei, wir haben auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Anlass, heute zu zweit über dieses Thema zu reden und, äh, ja, ich stelle doch einfach mal das Thema von heute vor. Ja, es geht natürlich, wie das viele schon gesehen haben, um Evolve. Und genau das Gameplay seht ihr ja gerade auch im Hintergrund. Das Ganze ist von mir erspielt. Ich spiele ja das Monster, den Goliath auf einer Map, der Sonar mich gerade leider nicht weiß. Und, äh, am Anfang schleiche ich natürlich erstmal weg, denn das Ganze ist ein komplett neues Spielsystem, was man so vorher noch gar nicht gesehen hat. Das Ganze ist nämlich asymmetrisch. Man spielt einer gegen vier echte andere Spieler. Und wir möchten heute darüber reden, wie das Ganze im E-Sport-Bereich auftauchen kann. Etwas, was überhaupt nicht gleichmäßig ist. Bei allen anderen Spielen kennt man es eigentlich, die Map muss eigentlich perfekt synchron sein und alle Spieler müssen genau die gleichen, äh, Waffen haben, damit es am besten gebalanced ist. Und dieses Spiel macht genau das eben nicht. Und genau da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, genau. Und, äh, Evolve, definitiv, wenn ihr das Ganze noch nicht in der Alpha ausprobiert habt oder ausprobieren konntet, obwohl ich glaube, dass jeder, der sich, äh, eingetragen hat, für diese Alpha eigentlich auch seinen Key bekommen hat, dann können wir an dieser Stelle auf jeden Fall dieses Spiel empfehlen und euch definitiv ans Herz legen, sobald die Beta dieses Spiels rauskommt, es wird nämlich noch eine Beta geben, dass ihr das Ganze einmal ausprobiert, dann ist es wirklich eine, äh, Groundbreaking Experience, äh, wirklich jetzt mal. Auch wenn das Ganze gar nicht so groß angekündigt worden ist. Ich sag mal, man hat gar nicht so viel davon gehört, bis es plötzlich auf der Gamescom aufgetaucht ist. Da war so der erste Punkt, wo die Leute, die sich, äh, nicht so viel, sag ich mal, mit den Gaming News beschäftigen, ich meine, wir haben das natürlich mitbekommen, aber viele, die so ein bisschen nur an der Oberfläche schwimmen und nur die AAA-Titel kennen, bei denen ist Evolve ein bisschen untergegangen, aber auf der Gamescom hat es einen sehr, sehr großen Hype gefeiert und das, wie wir finden, zu Recht, weil dieses Spielprinzip, wie gesagt, etwas ist, was wir in dieser, ähm, Situation, äh, was sag ich, Situation, in dieser Form, also gar nicht gesehen haben. Noch nicht gesehen haben, genau. Wir haben, wie gesagt, das asylometische Gameplay Monster gegen Hunter und, ähm, da stellt sich die Frage, ist das Ganze überhaupt eSports-fähig? Was sagst du denn erstmal dazu? Was ist so dein, dein Grundfazit? Ähm, also was ich an Evolve einfach richtig genial finde, ist das Level-System vom Monster. Das heißt, man startet als Monster auf Level 1 und, ähm, wenn die Hunter einen direkt am Anfang erwischen würden, hätte man eigentlich keine Chance. Wenn die Hunter halbwegs vernünftig zusammenspielen, das Teamplay ein bisschen ausnutzen, das Monster trappen und immer wieder verlangsamen, immer wieder, äh, verschiedene von den Fähigkeiten einsetzen, dann hat das Monster auf Level 1 überhaupt keine Chance. Allerdings kriegt das Monster am Anfang 15 bis 20 Sekunden, glaub ich, ungefähr Vorsprung und kann erstmal abhauen. Und dann müssen die Hunter das Viech natürlich jagen und irgendwie es hinkriegen, dass das Viech eben sich nicht evolve zur nächsten Stufe. Und das find ich daran so genial, denn auf Level 2 sind sich Monster und das Hunter-Team ungefähr ebenbürtig. Und wenn es das Monster schafft, so lange wegzubleiben und, äh, von dem Wildleben, äh, also die ganzen Viecher, die da rumlaufen, Sachen zu essen und sich weiter zu evolven, bis es dann auf Stufe 3 ist, dann ist es meistens so, dass das Monster den Huntern schon überlegen ist. Und das find ich einfach ne sehr geniale Sache, dass es eine Komponente gibt, die sich weiterentwickelt und immer, immer stetig verbessert, während das ganze Hunter-Team, diese vier anderen, äh, quasi immer auf der gleichen Fähigkeitsstufe sind. Und denen rennt quasi die Zeit davon. Je länger die nicht im Kampf mit dem Monster sind, desto mehr verlieren sie quasi das Spiel. Ja, genau. Und was, was ich persönlich sehr wichtig finde, um sozusagen diesen Ausgleich weiterhin zu schaffen, es sind ja nicht nur sozusagen die Fähigkeiten der einzelnen Parteien, sondern es sind auch die verschiedenen Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, beziehungsweise sozusagen, äh, den Verlauf eines Spiels an sich zu reißen. Denn es gibt zum Beispiel für das Monster, neben dem Töten aller Hunter, auch die Möglichkeit, ab Stufe 3 ein sogenanntes Power Relay zu zerstören. Ähm, dann wiederum gibt es aber auch den Konter, dass sobald er Schaden hinzugefügt bekommt von den Huntern, dass dieser Prozess abgebrochen wird. Das heißt, die Evolve-Entwickler haben natürlich versucht, dieses asymmetrische Gameplay mit, ähm, Dingen zu unterfüttern, die dafür sorgen, dass letztendlich auf jeder Entwicklungsstufe des Monsters und in jeder Phase des Spiels in gewisser Weise das Spielgeschehen aber umgekehrt werden können. Und dadurch macht es das Ganze eben nicht nur zu einem sehr immersive, äh, Feeling sozusagen, wenn man das Spiel selber spielt, sondern es ist gleichzeitig auch eine sehr, meiner Meinung nach, eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr spannende Erfahrung, das Ganze, ähm, dem Ganzen zuzusehen. Und ich kann mir nur zu gut vorstellen, wenn dann bestimmte Leute einfach diese Spielmechaniken gemeistert haben, genau das raushaben, zu welchem Zeitpunkt man lieber abhauen sollte, zu welchem Zeitpunkt man sich jetzt die Zeit nehmen kann, ähm, irgendwelche Tiere zu fressen, um eben Schild aufzubauen oder um eben die nächste Stufe zu erreichen. Und wenn sich da sozusagen die, die, die Spieler immer weiter, ähm, reingearbeitet haben in die Spielmaterie, dass wir dort sehr, sehr spannende Matches sehen können, die sozusagen bis auf den letzten Mann, ähm, unentschieden bleiben. Und damit, finde ich, hat es einen sehr, sehr guten Nährboden, um eventuell im E-Sports-Bereich, äh, ja, wie gesagt, angesehen zu werden und sich dort zu etablieren, meiner Meinung nach. Ja, also die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen großen Wettbewerb, eine große Competition oder sowas startet, was passiert, wenn man, also hat man dann zwei verschiedene Teams, also spielen dann immer vier Leute gegen einen und, äh, kann dann der Einzelne dann gewinnen, weil es kann ja auf jeden Fall nicht passieren, dass zwei Monster gegeneinander kommen. Ja. Und, ähm, irgendwie ist es auch ein bisschen unfair, es gibt ja bestimmt manche Teams, die sind besonders stark gegen die eine bestimmte Monsterart, und es gibt viele verschiedene Monsterarten, ähm, und es gibt dann bestimmt andere Teams, die sind besonders gut gegen das andere, also da müsste man sich dann überlegen, wenn man so eine Competition startet, sollte man vielleicht ein einziges Monster nehmen, gegen das alle acht Teams oder sowas antreten vielleicht, aber ich meine, dann spielen die Teams ja nicht gegeneinander, also da müsste man natürlich ein bisschen überlegen, wie das funktioniert, wenn man sich dann so ein, so ein Achtzel- oder Sechzehntel-System ausdenkt, wie das dann funktioniert, wer kommt weiter, weil der Verlierer, ähm, kann ja in dem Sinne nicht weiterkommen, also, wenn der Gewinner weiterkommt und das andere, äh, in dem anderen Bracket auch ein Monster war, dann spielen ja zwei Monster gegeneinander, und das kann ja dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja. Ähm, also da müsste man sich auf jeden Fall was überlegen, aber was du gerade gesagt hattest, das kann ich auf jeden Fall nur so bestätigen, wenn man das Spiel spielt, dann fühlt man sich einfach gejagt, als Monster jetzt zumindest. Ihr seht gerade mein Gameplay, ich bin jetzt hier wahrscheinlich schon gerade im Kampf gegen das Hunter-Team, wo ich eigentlich sehr gut, äh, dabei bin im Moment, ähm, ich kann aber nur dazu sagen, als Monster, wenn du am Anfang auf Level 1 bist, du fühlst dich gejagt, du guckst immer über deinen Rücken, du fängst immer mit deiner Schnüffelfähigkeit an, zu gucken, wo sind irgendwelche Gegner, wie kann ich am besten abhauen, wie hinterlasse ich am wenigsten Spuren, und das ist einfach ein unglaublich geiles Gefühl, weil du immer auf der Flucht bist, bis du dann irgendwann Level 2 oder hoffentlich sogar 3 bist, um dann den Hunter ins Auge sehen zu können. Ja. Ich kann mir aber sehr... Die Frage ist halt, wie balanced ist es? Im Moment finde ich das ziemlich, ziemlich geil, ich hab, äh, oft gesehen, dass, ähm, dass es bis auf den letzten Mann ist, so wie du es schon gesagt hast, ich persönlich hab jetzt gegen die Anfangsteams jetzt aus der Alpha, wo natürlich alle wenig mit Teamplay oder so zusammenspielen, als Monster eigentlich immer gewonnen, bis auf einmal, wo es einen kleinen Bug gab. Ähm, also, da war es natürlich schon ein bisschen OP, aber ich glaube, auf Dauer, wenn die Hunter-Teams alle mit TeamSpeak miteinander reden und schon sehr viel Erfahrung haben, dann, äh, sind die dem einzelnen Monster vielleicht sogar überlegen schon relativ schnell auf Stufe 2. Ähm, deshalb, man muss sich das Ganze überlegen, ich weiß nicht, wie es funktioniert mit den ganzen Competitions, aber auf jeden Fall ein Ranking-System oder so kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein System wie zum Beispiel Hin- und Rückrunde gibt, sozusagen, wie es ja in vielen, äh, Battles gibt und dass dann jedes Team mehr oder weniger einen Spieler aus den eigenen Reihen stellt, der dann, äh, im, im Monster, genau, das Monster sozusagen spielt. Also, ein Team besteht quasi aus fünf Spielern, aus vier Huntern und einem Monster. Genau. Und eine der beiden Parteien setzt dann immer aus, wenn es so ein Battle gibt. Richtig. Und dann gibt es sozusagen dieses, dieses Mannschaft gegen Mannschaft und es gibt sozusagen diesen einen Ausgekornen, der sich darauf konzentriert, in den E-Sports-Trainings sozusagen sich auf das Monster zu konzentrieren. Und, ähm, ja, also ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen Gedanken macht, dann kann man da definitiv Systeme entwickeln, die da irgendwie... Ich bin gerade voll geflasht. Du bist so voll geflasht von mir. Ja. Das ist voll gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir, machen wir direkt mal so ein E-Sport-Ranking auf, ne? Ja, genau. Wir machen jetzt hier, äh, Anti-Synex, äh, Liga. M-L-G. World Championship M-L-G. M-L-G. E-Wolf-L-G. E-L-G. Wir machen E-L-G. E-Wolf-L-G. Okay, meine Freunde, ähm, ich bin unglaublich gespannt, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Wie kann man E-Sport mit E-Wolf verbinden? Ein asymmetrisches Gameplay mit trotzdem fairen Zuständen. Ähm, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wir sind da sehr gespannt drauf. Und ansonsten, Antti, du warst, wie gesagt, der beste Kommentator und Gesprächspartner, den man sich wünschen konnte. Es war unglaublich schön. Und, äh, ich freu mich auf ein nächstes Kommentar hier auf N7 Nation. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.